Sehr guten Abend, meine Damen und Herren! Einbruch Siegschirme und PT-Technik gestohlen Sechsflagte Schirme und PT-Technik wurden nach Wachenhände als ein Wandladungsberuf auf der Bruntenauer Straße gestohlen. Guten Tag ist die Einbrecher, die das Gebäude gelangt waren. Einbrüche im Bäcker und Fleisch auf die Garde. Unterkantel mit der Wachenhände in einem Eingartenhack.